So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Max Out Monday. Wir maxen wieder 6 Pokémon, ein Titel Pokémon, was ich selber bestimme, und 5 Pokémon aus der Community, Vorschläge von euch. Voraussetzung, ich habe ein 100%iges und genügend XL, um dieses Pokémon zu maxen. Deswegen macht ihr immer Kommentare und wir gucken, was davon dabei ist, was funktioniert. Es ist der 4.9., ihr seht auch schon das neue Maskottchen, denn das Erdnuss hat wieder mal die Raidmania gewonnen. Immer Mittwochs, Raidmania, Mittwoch, Raidstunde, 18 bis 19 Uhr. Das Erdnuss hatte im letzten Monat die meisten Punkte gesammelt, hat deswegen das Maskottchen für den Monat September bestimmt, und das ist dieses Mega-Rei-Quarzer. So, ansonsten, schnell Video aufnehmen, dann zurück zum Adi-Schatz, der ist nämlich krank, wir waren heute beim Tierarzt mit ihm, der hat die letzten Tage nichts mehr gefressen, der lag nur noch in der Gegend rum, der war total antriebslos und träge, der, keine Ahnung, zieht sich komplett zurück, die haben auch heute geröntgt, die haben Blut genommen, jetzt müssen wir morgen nochmal anrufen, wegen Blutbild hin und her, kann ein Hahnwegsinfekt irgendwas sein, wir wissen es nicht, wir müssen gucken jetzt trotzdem, dass der ausreichend trinkt, ein bisschen abschotten, ein bisschen Ruhe bewahren, ein bisschen um ihn rum schnalzen, Adi-Schatz, alles Gute, so. Ähm, ich habe als Titel-Pokémon gesehen, ich habe in die Kommentare schon mal ein bisschen reingeguckt, und habe gesehen, da wurde Krypto-Knofenser vorgeschlagen, dann habe ich gedacht, warte mal, wir haben ja schon mal 100% Krypto seit 10 Jahren auf Level 50 gemaxed, wir haben Krypto-Ultrigarier auf Level 50 gemaxed, aber nicht als Titel-Pokémon, und weil es ein 100%iges Krypto-Pokémon ist, und Knofenser sowieso so speziell ist, denn wie ihr hier seht, ich habe 4 Sternchen und Knofenser eingegeben, ich habe insgesamt 5 100%ige Knofenser, und 4 davon sind Kryptos. Das ist das Pokémon, wo ich am meisten 100%ige Kryptos von habe, und das ist halt schon echt besonders hier, 384 war da der WP-Wert, wir haben ein ganz normales Knofenser auf Level 50, deswegen sehen wir, das kommt auf 1168, wir wollen jetzt aber auch ein Krypto auf Level 50 ziehen, was genau den gleichen Wert dann erreicht, mit 1168. Damit ist nicht nur die normale Familie voll, sondern auch die Krypto-Familie, in jeweils 100%, und das ist ein Highlight, weil das ist das allererste Mal, dass nicht nur eine Familie voll ist, und nicht nur eine Krypto-Familie voll, sondern dass eine Familie plus Krypto-Familie voll ist. Bei anderen habe ich vielleicht die normale 100er-Familie voll durchgemaxt, aber keine Kryptos dazu in 100%, und Knofenser vereint einfach alles. 1168 steht hier dran, für das Titelbild können wir nochmal zeigen, das ist hier 1000er, also 100%iges Knofenser. Wenn wir hier mal draufdrücken, seht ihr auch, dass hier das Ultrigaria ist, auf Level 50 in 100% mit Krypto, dann das normale, diesen Unterschied finde ich halt sehr cool, von dem Hintergrund, und dass wir hier auch das Sazenia haben, Level 50, Krypto 100%, normale Sazenia, Krypto-Sazenia. Das ist cool, das ist fett, das ist die ganze Familie. Theoretisch könnte ich die anderen drei 100%igen Knofenser sehr verschicken, oder, weil was macht man damit? Die braucht man ja nicht hochziehen, für eine Sammlung reicht ja die Familie einmalig. Was ich damit mache, weiß ich noch nicht. Jetzt gehe ich rüber, guckt mal in eure Kommentare, was habt ihr gesagt, was soll ich mexen? Heidemarie Bernkopf, Sag Gaduwa, so. Gaduwa, gib mal Gaduwa ein, so wie es auch geschrieben wird, und guck mal, was bei rauskommt. Gaduwa, das habe ich leider nicht in 100%, dann kann ich auch nicht hochziehen. Ich kann mir ein bisschen bedenken, was er sie ist, meint, aber ich muss ja das eingeben, was da steht. Balou sagt Flabebe, und er sagt außerdem Flabebe. Er hat zweimal das gleiche geschrieben. Wir gucken also mal nach Flabebe. So, Flabebe, Flabebe. Wieso will, weil es mit so einem Apostroph auf dem E ist, deswegen. Wir haben hier ein 100%iges Florges. Wir haben dazwischen ein Flöte. Er möchte ein Flabebe. Flabebe, was wäre das sinnvollste, weil wir ja hier das Rote haben, hier auch ein Rotes in 100%, dass wir hier also auch das Rote nehmen. Das gibt es ja in verschiedenen Blütenfarben. Ihr habt hier Rot, ihr habt hier Gelb, ihr habt hier Orange, ihr habt hier Blau, ihr habt hier Weiß. Aber weil das Rote das Rote ist, machen wir hier Flabebe, Power Up, auf Level 50. 1202 WP. Wer jetzt schlau ist, könnte natürlich unter das Video schon den Vorschlag machen, max doch mal ein Flöte. Da ihr ja seht, dass Flöte da ist und die XL da sind und man das noch maxen müsste. Wow! Warum gebe ich euch eigentlich Tipps? Ich weiß es nicht genau. Mali sagt, sorry, dass ich einmal falsch geguckt habe, wird mich aber über Wenufliebes freuen. Wenufliebes ist, glaube ich, schon mal Titel Pokémon gewesen. Ist schon gemaxed auf 2441. Grüße gehen raus an MaliPro. Timo sagt Kommandutan. Jetzt muss ich gucken. Müsste eigentlich auch schon gemaxed sein. Kommandutan auf 2770. Da war der Tobias Reuter, der hatte Kryptokno-Fenster vorgeschlagen. Das ignorieren wir jetzt. Falls er noch einen Vorschlag irgendwo hat, können wir das auch machen. Sorry, aber eigentlich bist du nicht nur hier das... Du hast das Titel Pokémon bestimmt. Sagen wir es mal so. Das ist eine richtig krasse Ehre. Hypernoob sagt Janma. Da bin ich jetzt gespannt. Janma. Ich weiß auf jeden Fall, Janmega müsste gemaxed sein. Diese Sino-Mega-Entwicklungen waren, Janmega ist ja keine Mega-Entwicklung. Diese Sino-Pokémon mit den Entwicklungen waren immer cool. Janma ist aber auch schon auf 50. Ansonsten hätte ich trotzdem keine ausreichenden XL dafür. Tiso. Da die ersten drei fertig sind, wähle ich Glumanda, Glutexo, Glurak. Jetzt glaube ich aber, bei der Glumanda-Familie ist es auch so, dass die alle gemaxed sind, oder? Glumanda ist auf 50. Glutexo ist auf 50. Glurak ist auch auf 50. Also die Bisa-Samen-Familie ist voll. Und die Glumanda-Familie ist auch voll. Jochen Strehlt sagt Tentara. Schauen wir mal, ob das der zweite Max für heute ist. Tentara ist auf 50. Tentoxa ist auch auf 50. Die restlichen Jochen Strehls lassen wir erst mal aus, weil jeder ja eigentlich nur einen Vorschlag machen soll. Falls wir durch sind, können wir weiter wieder auf Jochen eingehen. Benjamin sagt, ich schlage Ordoch vor zu maxen, die restlichen XL bei Groudon, Rayquaza, Kyogre. Wenn du diese für die zukünftigen Krypto aufhebst, kannst Groudon, Kyogre ja nochmal aufs Pro. Ja. Wer weiß, wenn die Kryptos kommen und man dann mal ein Krypto-Kyogre auf 50 bringen, ist das bestimmt cool, als wenn man jetzt einfach nur noch ein 98er Kyogre auf 50 maxst. Das macht man nicht. Er hat auf jeden Fall Ordoch vorgeschlagen. Ordoch ja auch ein Pokémon, was noch eine Mega-Entwicklung bekommt. Hier ist ein Ordoch, aber es ist schon auf Level 50. Mit 1902. Oliver sagt, Praktibalk. Wir wissen ja nun, dass wohl Praktibalk einen Seeday bekommt im Oktober. Praktibalk. und oh mein Gott, ich könnte theoretisch eins auf Level 50 ziehen. Ja, wir müssen eh irgendwann ein Meister-Griff pushen. Jetzt ist, guck mal, Überlegung, ich werde dieses, obwohl das ja viel weniger WP hat, auf 50 ziehen. Normalerweise wäre es günstiger, das hochzuziehen. Aber das will ich ja als Praktibalk lassen und das muss ich zum Meister-Griff machen. Das ist ja eh, Meister-Griff, irgendwas, ist ja eine Tauschentwicklung. Das heißt, wenn ich das hier nämlich hochziehe und entwickeln will, kostet mich das nochmal 200 Bonbons. Aber hier, das kann ich danach kostenlos entwickeln. Wir machen es halt jetzt extra für euch. Ziehen Praktibalk auf 1487 WP. Damit ist der auf Level 50 was ganz Besonderes. Und der hat hier noch nicht mal die 100% dran. Das habe ich vergessen. Jetzt stehen sie dran. Level 50, 100% Praktibalk. Wo es auch wieder bescheuert ist, oder? Ich hätte doch eigentlich den maxen sollen, aber halt noch nicht entwickeln. Und wenn dann CD ist, den entwickeln, dass der halt dann noch seine CD-Attacke bekommt. Aber das können wir ja dann immer noch machen. Ach, mein Gott, mein Gott. So, das war der zweite Maxout von von der Community. Das war Olivers Vorschlag. Loreshki sagt Dianci oder wie man das schreibt. Wäre cool. Habe ich keinen 100er? Habe ich auch keine XL. Jonathan sagt Matrifol. Geben wir mal ein. Matrifol ist nicht auf 50. Können wir auf 50 ziehen. 2.917. Aha. Oho. Machen wir mal den Level 50 Tag dran. Die anderen Stufen von dem gucken wir uns gar nicht an. Das bleibt jetzt geheimnisvoll. Wir haben auf jeden Fall noch genügend XL. So, das war das dritte. Jonathan sagt noch was. Müssen wir auslassen. Da kommt Pika Fista mit Mabula. Schauen wir mal nach Mabula. Mabula müsste ja theoretisch der nächste C-Day sein, der kommt. Wir haben hier Donarion auf 50. Er wollte Mabula auf 50. Das dürfte sich ausgehen. Kommt auf 1112 WP. Mabula auch gemaxed. Kriegt jetzt hier den Level 50 Tag dran. Ich hoffe, es kriegt eine richtig sinnlose Attacke beim C-Day. Sodass ich das einfach so lassen kann und wir das Donarion auch so lassen können, weil sonst müsste ich ja das Hunderter hier entwickeln zu Donarion und brauche nochmal ein Hunderter Mabula, was ich dann aber auch wieder maxen muss und das gemaxe Hunderter Donarion, was wir gerade haben, ist dann irgendwie sinnlos, weil das nicht die C-Day-Attacke hat und man das eigentlich wegschmeißt, wo man es gemaxed hat auf 50. Versteht ihr? Es wird immer komplizierter. Das müsste, glaube ich, jetzt der vierte Vorschlag gewesen sein. Ein Vorschlag ist noch übrig. Wer ist es? Sammy sagt Kindwurm oder Tarnel schlage ich vor. Äh, Kindwurm Ich habe auf jeden Fall Bruderlander gemaxed, wir haben Draschel gemaxed, wir haben Kindwurm nicht gemaxed, wir können Kindwurm aber maxen und damit ist das der fünfte Vorschlag und die Kindwurm-Familie ist auch komplett alle auf Level 50. Glückwunsch dazu, sagen wir mal. Den Rest 1307. Grüße gehen trotzdem raus an Samuel Brokopp, an Shiny Glurak, an der PS12 V2 und an den Schenaya. So, perfekt. Wer jetzt nicht dran war, schreibt eure Vorschläge nochmal unter dieses Video. Wer dran war, macht neue Vorschläge, Jochen Spam wieder alles zu. Ich liebe es wie McDonalds-Werbung und würde sagen, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und heute Abend chill mit Ramses ab 20 Uhr, ein bisschen zusammensitzen am Stammtisch, zwei Bier trinken, ein bisschen Ablenkung, Entspannung, alles gleichzeitig. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.